ASG Bildungsforum Guten Morgen, hier ist Himmel und Erde aus Düsseldorf, heute mit Annette Florin. Bei größeren Veranstaltungen in Düsseldorf wird sie künftig auch häufig mit dabei sein, die Ape der katholischen Kirche in Düsseldorf. Dieses dreirädrige Lastenfahrzeug hat ein Bord, eine professionelle Kaffeemaschine. Stattichan Frank Heidkamp hat schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, unkompliziert auf Menschen zugehen zu können. Da kam mir die Idee, vielleicht mit einer Ape, mit einem Gefährt, wo man zu den Menschen fahren kann und sie zum Gespräch einlädt, zu Beantwortung von offenen Fragen und das mit einer Tasse Kaffee zusammen. Mehr als nur ein Kaffee ist das Motto, das auf dem rollenden katholischen Kaffeebütchen in großen Lettern geschrieben steht. Und genau darum geht es, beim Genuss eines frisch gebrühten Kaffees ins Gespräch über Gott und die Welt zu kommen. Mir ist immer wichtig, den Menschen die Frage zu stellen, was braucht ihr? Und vielleicht werden die uns sagen, was sie von Kirche erwarten, was sie von Kirche brauchen, und was im Moment ihre Themen sind im Alltag, vielleicht sogar denen auch eine Hilfe anbieten kann. Ganz niederschwellig und nah bei allen Menschen will das katholische Kaffeebütchen sein. Beate Plenkers-Schneider, die Geschäftsführerin des katholischen Gemeindeverbandes Düsseldorf, findet das sehr wichtig und betont, Um den Leuten auch zu zeigen, Kirche ist nicht das Gebäude, sondern Kirche sind die Menschen, die dieses Gebäude bzw. die den Glauben mit Leben füllen und damit eben auch auf der Straße anzutreffen sind. Und ich glaube, dass so ein niederschwelliges Angebot, einfach nur da zu sein für die Menschen, ihnen bei einem Kaffee einfach nur das eigene Ohr anbieten zu können, genau das ist, was wir gerade brauchen. Sie freut sich schon auf ihre Einsätze mit der Ape. Sie hat traumhafte Farben und fährt sich auch gut, ich bin schon damit gefahren und ich freue mich sehr auf die Einsätze damit. Das möchten wir aber auch unseren Gemeinden, unseren Verbänden anbieten, sich einfach bei uns auszuleihen und in ihren eigenen Stadtteilen damit auf die Menschen direkt in ihrer unmittelbaren Umgebung zu gehen zu können. Mit allen Sinnen katholische Kirche und ihre Menschen vor Ort kennenzulernen, ist das Ziel. Im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen darum, Kirche mal anders anschaulich bzw. auch begreiflich zu machen. Bei der Nacht der Museen am kommenden Samstag steht das katholische Kaffeebütchen übrigens auf dem Stiftsplatz an der St. Lambertuskirche in der Altstadt und lädt zum kostenlosen Kaffee und Gesprächen ein. Übrigens, was sonst noch los ist, hier in Düsseldorf? Auch in diesem Jahr beteiligt sich wieder die katholische Kirche beim Stadtradeln und hofft als Team erneut eine gute Platzierung zu erhalten. Wer hier noch im katholischen Team mitradeln möchte, kann sich anmelden auf stadtradeln.de Düsseldorf und sich dann im Team katholisches Düsseldorf registrieren lassen. ASG Bildungsforum ASG Bildungsforum ASG Bildungsforum Vielen Dank.